What? Oh ne, ich haus für diese Map. Hey, seit wann ist die wieder in der Rotation? Seit jetzt, seit dieser Season. Achso, ich mein, was war die Repple-Seite? War das Norden? Die Repple-Seite wurde nicht der Catwalk, es ist Süd. Und die Seite mit dem Catwalk ist der Norden. Dann bin ich ja doch richtig gespawnt. Na dann. Da ist irgendwo ne Weltcam. Dann muss ich wieder zurücklaufen. Ich hab zumindest schon mal in Proximity-Alarm weggemacht. Wo ist diese verfatzte Weltcam? Die vier? Ich bin auch auf dem Catwalk. Ich bin auch auf dem Catwalk. Lass ich mal das Madrone da runter. Moment. Danke dir, ich wollte gerade das Eiche machen. Die rechnen wahrscheinlich mit nem Elevator-Drop, also passt ein bisschen auf. Der Raum selber war... Das ist ein ganz ekelhafter Drop. Der Raum selber ist leer. Nordwest Catwalk is clear. Verstärkt. Nord Catwalk is clear. B-Side ist... Nord-Ost Catwalk is clear. B-Side ist nicht clear, auf der B-Side ist der Legion. Ich dropp mal runter, sonst gingen die Infos verloren. Jo. Okay. Ähm... Gut. Ich kenn hier keine Dronen mehr. Andere Richtung, Raph. Weiß, ich wollte nur erstmal nach hinten gucken. Ja, da ist einer, da ist einer. Hit, aber nicht down. Shit. Ach, Mist, kriegt er mich noch im letzten Schuss. Einer liegt zwischen A und B-Side. Oh. Shit. Come on ey, hier. Oh. Jetzt sind wir mal fast tot. Äh... Lesion in media. Macht ein... Shoot hole. Hand hole. Achtung, on ping. Welke ist das? Ach, der hatte da nen Peak hole. Ist immer noch. Agnes kommt auf dich zu, push dich. Nein, nicht mehr. Er hat sich zurückgezogen. Entschuldigung. Ist wieder. Geht wieder. Ich seh den Gu. Also den Lesion. Vorsicht. Der ist auch wieder... Ist am Shoot hole. War on ping. Ich hab nur noch einen Schuss. Ist weg wieder. Der Lesion. Ich hab noch nicht mehr zu sehen. O-chan. Da ist ein Moos hier oben. Ok. Wir sind da an Shoot hole. Ok, das geht natürlich Wende. Who the fack. Ich hab die Kamera. Zu lang gebraucht. Ah, aber sonst war's glaub ich nicht so schlecht. Aber das überrascht gerade keinen mehr, glaub ich. Wir haben einen Diffuser dabei von oben über euch. Ja, ich geh mal hier so mit rein. Geh mal drüber oder geh mal rein? Also ich geh hier direkt rein. Wäre wahrscheinlich schlau drüber zu gehen, aber... Ich möchte jetzt mal hier reingehen. Oh, klar. Einer tot. Sehen drüber nichts. Das war der Jäger. Ja. Mit RAF zusammen. Und wieder eine Vision? Wie schnell hat die sich bitte gehalten? Wollen wir da irgendwie über die Zeit drüber? Äh... Ich bin's raus. Du das? Ich hab grad die Kamera ausgeschossen, ja. Haben wir in dem Versehen. Alles Gute. Ich kenne hier keine Campspots. Ich höre überm... Ah ne, was ist die? Ja, hab die Wake. Ich bin's weg. Noch einer! Fuck me! Wie schnell rausgehüpft. Was? Scheiße! Hä? Hä? Ich habe bei Reception was. Legions of A. Äh, B, Entschuldigung. Ah, fuck, das war der Kopf. Ähm, Lesion and T, ja. Ah, die sind beide. Oh mein, die sind beide. Da hat sich der Lesion geflankt. Was für ein Trilemma. Ich glaube, es ist schon was gedroppt bei Catwalk. Als du den Anruf abschalten kannst, indem du den in den Signal Disruptor rein rennst. Oh, gut zu wissen. Okay, we're dead. Ein Blitz war noch unterwegs. Ich glaube, Westseite. Das klingt sehr nach Blitz, ja Ich verpiss mich Klingt irgendwas auf, oder? Ich schau grad, Ostseite Ist jemand von Süden? Oh ja, da ist ein Loch in der Wand Das, was in deine Richtung gelaufen ist Ich hab ein Jackling, Alter Es war noch was in T Oh, es kommt ein neuer Block Ah, Blackbeards Irgendwo beim Breach war der Am T Wieder da Baby Da ist Monty im Breach, Monty im Breach Monty ist hit, Monty ist hit Ja Warte, ist aber drin, glaub ich Dreht Tode, schau mal, ob der die an den Rücken zudreht Blackbeard ist hit Dead Nice Nur noch Monty, nur noch Monty Planted im Prefile, Prefile, Prefile Warte, bis der Smoke weg ist Ja, er ist hier Die Wand dahinter ist auf Warte mal, achten so Nee Hau ihn und der andere schießt gegen zwei Geh mal Einmal aufheben, sorry Einer haut ihn und der andere schießt gegen zwei Hab ihn Nice Oder einfach warten, bis der Diffuser durch ist, ja Good Job, Guys Auch nur Obso Dann könnt ihr Oh, war das ein geiler Roam War das ein geiler Roam Ich hab nicht gecheckt, dass der Diffuse durchgegangen ist Boah Ja Ja Muss ich mich hier noch eng sputen sogar 2-3 bei Elevator Drop, Jana ist 60 Wo ist Elevator Drop von uns aus? Jana geht oben drüber, oben im Süden quasi, bei dem Elevator Jana ist oben im Westen Ich hab heute noch wahrscheinlich die Wand auf Äh Gehettet Verfehlt zweimal die Indestructible Camp Ah fuck, Jana Einer ist im Südosten der Zeit, genau Na komm, Monty Oh fuck Gegen Monty Feuergefecht verloren Mach die Wand auf Ah, zu zweit Ah, zu zweit Na gut Oh, der ist Hetschuk schon mal Ah, Blackbeard Okay, Pinkelhausen Okay You done? Yup Yes, yes Yes, yes